Para den Indorabukeluke Also in der Nacht Sherry und Minzpal beim Kamin rausstellen In der Früh kommen wir runter Und Father Christmas ist durch den Kamin runtergekommen Hat's ausgetrunken und aufgegessen Und natürlich noch Geschenke in den Stockings hinterlassen Und dann die geile Vorbereitung für den geilen Trutern mit richtig geilen Filling Dann natürlich gibt's Schokosulz, Punch und Kekse Und davor natürlich die geilen Christmas Cracker erleben Mit den geilen Witzen und geilen Sprüchen Und dann natürlich die ultimative geile große Bescherung Oh ja, ich sage Ihnen aber Egal wann Sie feiern oder auch ob Sie alleine sind Machen Sie sich eine Weinflasche auf Und zünden Sie sich eine Kerze an Ich bin Luke Ich wünsche Ihnen eine richtig geile Weihnachten Oh yeah, Merry Christmas Santa Happy New Year Und bis bald Danke dir lieber Luke Ja meine Damen und Herren Wir nähern uns schon langsam dem Ende unserer heutigen Folge Aber heute gibt's an dieser Stelle noch einen ganz besonderen Weihnachtsgruß